Wie viele Neger braucht man, um ein Zimmer zu putzen? Keinen, das ist Frauenarbeit. Warum sagt man nicht dumme Frau? Ganz einfach, man sagt ja auch nicht tote Leiche. Was ist blau und rennt von Zimmer zu Zimmer? Ich kann doch meine Frau anmalen, wie ich will. Was sind vier Frauen in der Küche? Artgerechte Haltung Zwei Freundinnen unterhalten sich. Gestern bin ich mal so nach allen Regeln der Kunst vernascht worden. So, von wem denn? Das sage ich keinem. Und schon gar nicht seiner Frau. Warum gibt es in der Tiefgarage Frauen Parkplätze? Damit die Frauen die Autos von den Männern nicht beschädigen können. Was ist mit einer Frau passiert, die 99% ihres Gehirns verloren hat? Sie ist verwitwet. Kennt jemand eine andere Bezeichnung für eine dünne Frau? Wie wär's mit Nagelbrett? Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen Autofahren, hätte er ihnen ein Gehirn gegeben. Was ist ein Blutfleck in der Wüste? Eine trockene Periode. rocks хотите? Was ist mit seiner Stirlett? Es ist mit dieser Steil der Merk